Hallo, ihr verrückten Hühner. Ich sage euch eins, Michael Ruge ist wirklich der Schärfste. Ich glaube ihm und seiner Oma. Er ist wirklich der Beste von allen. Er ist unglaublich. Seine ganze Art ist mega. Wie er sich kleidet, wie er geht, wie freundlich er ist, wie er Kaffee trinkt, alles. Ein Hammertyp. Er ist über jeden Zweifel erhaben. Doch glaubt seine Oma.